Was geht Leute, Hamburg Jungs ist hier und herzlich willkommen zur 24. Episode Show as your skill. Heute zocken wir in der Partie FIFA 13 auf der Playstation 3 gegen FFM Skillers. Seine Mannschaft sehen wir im Hintergrund ein Hybrid Team aus 4 Nationen oder Ligen zusammengebaut. Ich kann das Ganze kurz aufzählen. Russische Liga ist dabei, Marokko, Brasilien und Barclays Premier League mit 6 5 Sterne Skillern. Da kann man doch einiges mit anstellen. Schaut, zieht gleich mal nach hinten, zeigt uns die Skills von Anfang an nach dem Scoop Turn. Versucht es mit einem Berber Spin in die Mitte. Starkes Tackling aber von unserem Verteidiger. Nun, McGidi nach dem Rabona Fake mit den Crick Ballhoots legt ihn sich lang vor, aber kriegt ihn auch mit dem Scoop Turn vor dem Aus. Der Gegner bleibt aber an ihm dran, aber er zeigt ihm, dass die Mischung aus Skills und Pace bei ihm einfach perfekt ist, um sich abzusetzen. Aus den Lastiko am nächsten Verteidiger vorbei. Nun ein Roulette, der schwache Fuß, angedrehter Ball, aber es war sehr schwach. Der hat sich nicht mal gedreht. So schwach war der angedrehte Ball. Ein Fake Shot vom Gegner. Dann ein Roulette, tippelt sich sehr stark an uns vorbei. Versucht mit der Flanke. Die wird gut blockiert, aber dann bleibt das Ganze gefährlich. Der Rainbow, der Schuss. Aber unser Verteidiger wirft sich in den Weg mit seinem Gesicht voraus und kann den Ball so blockieren, dass das Ganze nicht weiter gefährlich wird. Eine Flanke, ein Seitfallzieher. Der Hüftler kommt einmal auf und springt hinein in den Winkel. Somit steht es 1 zu 0 und der Gegner hat sich damit erkämpft. 4.000 Coins für seinen Pott. Wunderbarer Scoop-Turn, erweiterte Ballrolle am Gegenspieler vorbei. Kopf auf Wendt und der Ball auf Robinho. Der zieht mit dem Scoop-Turn einmal in die Mitte. Könnte schon abziehen. Findet den Winkel auch noch ein bisschen zu spitz. Zieht derzeit nach hinten mit dem Shop in die Mitte und bleibt hängen am Verteidiger. Der blockiert Davi-Louis springt mit seinem Kopf voran und auch der macht das wieder richtig stark. Aber dann wird er ausgetrickst. Dann kommt aber der Nächste zu Hilfe. Die machen das mit Teamarbeit und nehmen uns hier ganz locker den Ball ab. Aber es geht schon wieder weiter. Nämlich mit Ronaldinho. Er zieht auf der linken Seite der Strafraum. Wunderbar vorbei. Übersteiger. Ein erweiterte Übersteiger in die Mitte. Macht das alleine. Ja, mit dem Scoop-Turn schießt der Ball. Wäre fast und nimmt heute durchgerollt. Aber er hat ihn irgendwie mit seinen Achseln noch aufhalten können. Das hat er stark gemacht. Hat sich breit gemacht und auf den Boden gepackt. Und konnte den Ball sogar festhalten am Ende. Der Gegner mit Kombination spielt dann mit dem Berber-Spin in die Mitte. Durch zwei. Will am nächsten vorbei tippeln. Das Ganze gelingt aber nicht so, wie er es sich wahrscheinlich vorgestellt hat. Wie auch hier wurde der Berber-Spin blockiert. Schön am Gegner vorbeigezogen jetzt. Dann ein erweiterter Rainbow in die Mitte. Ein Seidfels hier ins lange Eck. Aber trotzdem eine Glanztat von dem Keeper. Mit seinem Pranken. Mit seiner linken Pranke. Um genau zu sein. Tastet er den Ball da irgendwie noch aus der Ecke hinaus. Dann ein Elastik-Shop. Stark. Wir sind schon in der zweiten Hälfte übrigens. Nach dem Roulette macht er zwei Scoop-Dimps. Das kurze Eck ist frei. Und Tor! Carlos Eduardo. Klasse gemacht mit seinem schwachen Rechten am Ende. Hat er den sogar verwandelt. Man sieht es hier in den doppelten Scoop-Turn. Und ein Near-Post-Finish. Keine Chance für den Keeper. Aber unser Gegner ist schon wieder am Start. Luftt den Ball über die Abwehr. Dann haut Ramirez den aus Spitzenwinkel irgendwie raus. Da stand er nicht wirklich perfekt zum Ball. Um den irgendwie aufs Tor zu bringen. Und das war dann am Ende sehr, sehr schwach gemacht. Ballrolle Scoop-Turn nach dem Drag-Bag-Fake. Dann mit der Körper-Frente. Ballrolle Scoop-Turn am Grätschen-Gegner vorbei. Das ist kein Problem. Dann mit dem Fake-Shot. Er hat die Schusschance. Es ist so. Aber schaut den rauf. Und schon wieder der Keeper hier. Sehr stark drauf. Genauso wie unser Digo Albers. Die lassen beide kaum was anbrennen. Es bleibt somit erstmal beim 1 zu 1. Und der Gegner hier skillt sich wunderbar durch. Jetzt der Ball wird fast weg. Kann den Ball nach außen spielen. Versucht skillig mit dem Rainbow. Und so gelingt das Ganze nicht. Unser Verteidiger springt wieder richtig stark. Wie eine Bestie heran. Waka Waka. Er verliert den Ball. Wir machen ein Roulette. Und schon wieder hat er ihn. Viral-Flick. Mit McGuidi zieht mit dem Scoop-Turn vorbei. Mit dem Fußzehnagel waren wir am Ball. Aber können den nicht wirklich gewinnen. Ein Rabona-Fake. Wir werden ins Leere geschickt. McGuidi zieht in die Mitte. McGuidi mit den schwachen Linken. Da lobt man Diego Albers einmal. Das kann noch nicht angehen. Und gleich kriegt man dafür einen auf den Deckel. So wie hier bei dem Ding. Der einfach ins kurze Eck fliegt. Aus einer Distanz. Aus der der Ball auf jeden Fall gehalten werden muss. Sogar bei den Bronzes heute hätte ich mich aufgeregt. Wenn der Ball reingegangen wäre. Dann ein Aus-Elastico für Arme. Als Versuch durch zwei Leute. Aber hat nicht wirklich geklappt. Der Verteidiger hält den ganzen Angriff von uns auf. Aber dann haben wir nochmal eine Chance. Nämlich nach dem Roulette auf engstem Raum mit dem Scooter. Und Ronaldinho haut den rein. Stark gemacht. Von Ronaldinho. Unser Skiller-Legende in der Mannschaft. Der die wichtigen Tore immer und immer wieder macht. Hier bei dieser Serie. Er steht 2 zu 2. Carlos Eduardo zieht in die Mitte. Dann Elastico. Der war sehr stark eingesetzt. Scooter. Noch ein Elastico. Die Grätsche mit der Fußspitze. Holt er den Ball irgendwie. Und bringt uns den Ball sozusagen in Besitz. Indem er den Angriff bzw. den Run gestoppt hat. Skills und Pace heißt die Devise hier schon wieder auf der Ausmann. Mit Robinho. Erweiterte Ballrolle zieht in die Mitte. Das war sehr stark gemacht. Dann mit dem Roulette am Gegner vorbei. Jetzt hat er die Schusschance. Gleiche nach dem Scooter dreht den Ball auf. Auf das Tor. Ins lange Eck. Aber da hat sich der Verteidiger breit gemacht. Ein Freistoß gedreht um die Mauer. Der war nicht schlecht getreten. Aber wenigstens den Ball. Den kann Diego Alves mal festhalten. Dann Robinho am Start. Für uns Robinho. Was wird er machen? Elastico am Gegner vorbei. Das ist die Riesenchance nach der weitenden Ballrolle. Wieso mein Junge? Wieso machst du noch einen Scoop Turn? Da hättest du einfach abziehen sollen. Aber die Riesenchance. Die kam erst noch mit Elkazon. Nach dem Scoop Turn macht er eine Ballrolle. Ein Elastico durch vier Leute. Auch der Torwart war eigentlich schon verarscht. Und dann geht er an den Pfosten. Holy Crap. Wie kann man den Ball noch vergeben? Naja wir sind im Elfmeterschießen. Elkazon der erste Schütze. Und der erste Schütze der verschießt. Na toll. Das Ganze startet ja schon mal richtig doll hier für uns. Auf jeden Fall ist Tarab am Start für unsere Gegner. Kann ihn gleich mal in Führung schießen. Haut ihn in die Mitte. Haut ihn hoch in die Mitte. Wunderbar gewählt. Das machen wir auch ganz gerne mal. Und der Ball landet im Tor. Raphael Subisch ist für uns am Start. Er steht schon unter Druck. Oben links. Er sieht den Winkel. Er visiert ihn an. Und er haut ihn in den Winkel. Stark gemacht. Auf jeden Fall von ihm. Unser Gegner mit Nani. Der lässt sich ein bisschen Zeit beim Elfmeter. Wählt wieder die Mitte. Diego Albers hat das diesmal gerochen. Und er faustet den Ball vom Tor weg. Glück hat, dass er den auch noch ins eigene Tor irgendwie gefaustet hat oder so. Carlos Eduardo oben links. Sehr gut gemacht. Auch ähnlich geschossen wie Raphael Subisch. Und auch der ähnlich unhaltbar. Nun ist Bosufer für unseren Gegner. Welche Ecke wird er sich wählen? Gar keine Ecke. Auch hier wieder blind in die Mitte. Raufgebolzt. Aber auch der wieder eigentlich sehr stark geschossen. Der war gut unter die Latte. Aber unser Tochter, der wurde auch wieder verladen. Robinho. Robinho an die Latte. Das gibt es doch nicht. Kein Glück hier für uns. Das war sogar die Unterkante der Latte. Der hätte sogar reinspringen können. Aber nein. Nicht wirklich richtig die Latte getroffen. Und springt zurück ins Feld. Aber Diego Alves, der hält den Elber hier fest. Das sieht man sehr, sehr selten, dass Elber festgehalten werden. Das hat er aber gut gemacht. Megidi für uns. Der lässt sich jetzt aber richtig viel Zeit. Der will den Ball perfekt im grünen Bereich treffen. Das macht der Megidi. Die rechte Seite. Der war nicht so gut platziert wie die Elfmeter sonst bisher. Aber trotzdem, da der Gegner sich nicht bewegt hat, ging der Ball rein. Nun bleiben wir in der Mitte stehen. Der Gegner bisher alle Elfmeter in die Mitte. Vielleicht macht er ihn wieder. Ja, er macht ihn wieder in die Mitte. Wir gingen leider einen Schritt nach links. Der Ball ging halben Meter weiter nach rechts als wie die Mitte. Und somit das in Kombination für zum Tor. Ronaldinho eiskalt. Das ist doch ein perfekter Elfmeterschütze. Warum ist er nicht am Anfang schon am Start im Elfmeterschießen? Nun unser Gegner mit Carlos Eduardo. Der hat nicht viel Fitness. Und der wählt sich wieder die Mitte. Aber das war diesmal zu offensichtlich für Diego Alves. Nachdem vorher schon 5 Elfmeter oder so in die Mitte geschossen wurden, musste es ja sein, dass auch dieser Elfmeter wieder in die Mitte fliegt. Aber was ich dazu sagen kann, wie ich mir das Ganze erkläre. Der Gegner war richtig gut im Skillen. Das hat man in der Partie gemerkt. Aber Elferschießen, das war halt nicht seine Sache. Das Ganze kann ich damit erklären, dass er wahrscheinlich ein Spieler ist, der nur Liga-Partien spielt. Und deswegen, da kann er kein Elfmeterschießen-Ball rauskommen. Somit kann der Elfmeter auch nicht trainieren. Und somit kann es halt dazu führen, dass er die Elfmeter nicht so doll schießen kann. Aber das Ganze hat ihm in diesem Spiel das Genick gebrochen. Durch dieses Elfmeterschießen hat er halt die Coins verloren, die er sich für seinen Pot erspielt hat. Das war die 24. Episode Show us your skill. Unser Gegner hieß FFM Skillers. Und sein Pot waren ganze 22.000 Coins, die er sich erspielt. Oder besser gesagt sogar, er skillt hat. Richtig geile Sache. Und daran sieht er, dass er genauso viele Coins im Pot hat wie wir. Dass er einiges in Sachen Skills drauf hat. Von den Skill-Toren waren wir also gleichauf in der Partie. Das Einzige, was halt bei ihm so ein Stück gefehlt hat, das war die Technik, wenn es um Elfmeter geht. Und das Ganze hat dazu geführt, dass er die Partie nicht gewinnen konnte, da wir uns so ein bisschen mit Elfmeter auskennen. Das Ganze haben wir ja öfters. Naja, auf jeden Fall eine starke Leistung von ihm. Kann man nichts gegen sagen. Wenn ihr das nächste Mal dabei sein wollt bei show us your skill, haut auf jeden Fall einen Kommentar in die Comments. Mit eurem Gamertag, der Konsole auf der zockt. Und mit etwas Glück werdet ihr vielleicht ausgelost, um das nächste Mal dabei zu sein. Live dabei zu sein in einer Partie show us your skill. Hamburg Jungs, ist denn jetzt raus. Ich hoffe, die Episode des Games hat euch gefallen. Und ciao.